Der schräge Vogel fängt den Gast. Akuter Fleischbrötchen-Alarm bei Schräts in Detmold. Im Prinzip sind wir ein Burger-Restaurant. Doch sind die hippen Burger auch gekonnt gegrillt? Das ist nicht Medium, das ist Medium Well Done. Ja, tickt mir zu weit, wenn man Medium bestellt hat. Beim Gargrat laufen die Mitstreiter heiß. Also mit dem Hauptgericht konntest du mich leider nicht überzeugen. Das Fleisch war mir einfach zu trocken. Tag 3 der großen Lokalschlacht in Ost-Westfalen-Lippe. Noch liegt Ruhr-Pottler André mit 32 Zählern vorn. Aber Schräts will ihm heute den Zapfhahn zudrehen. Im Detmolder Stadtzentrum marschiert unser Profi Mike Süßer durch den Schlosspark. Geradewegs auf seinen heutigen Einsatzort zu. So, Tag 3 heute in unserem Wettkampf. Es geht zum Sebastian, oder alle nennen ihn Schritz. Burger-Konzept mit einer Kombi einer Bar. Also das finde ich jetzt schon mal schräg, lieber Schritz. Burger mag ich auch, habe ich auch schon oft gefeiert. Manches Mal hauen sie mich nicht so vom Hocker. Es darf auch gerne mal ein bisschen was anderes sein. Nicht so amerikanisiert und irgendwie geschmorte Zwiebeln. Habe ich auch schon das zehnte Mal gehabt. Irgendwie mit Raffinesse. Aber ich glaube, der hat ein gutes Konzept. Es wird Zeit, die Glocke, Leute. Unweit des Detmolder Landestheaters hat sich im Souterrain der schräge Vogel eingenistet. Kann sich der designverliebte Chef mal vorstellen, bitte? Ja, ich bin der Sebastian Schritz. Das Sebastian ist irgendwann mal verloren gegangen über die Jahre. Jetzt bin ich nur noch Schritz. Und wir sind hier im schrägen Vogel. In meinem Laden hier im Herzen von Detmold. Wo 80 Fleischfans schmausen und feiern können. Tatsächlich kann man den Laden in guten 15 bis 20 Minuten zum Club umbauen. Deshalb sieht das hier auch alles ein bisschen anders aus, als woanders vielleicht mit der Lichtgestaltung und so. Das ist einfach total mein Baby. Also ich selbst könnte mir im Moment nichts anderes vorstellen, was ich machen sollte. Der schräge Vogel fühlt sich hier wohl wie der Adler im Horst. Ob es auch unserem Profi gefällt, muss ich noch zeigen. Ich höre schon. Bürgerbau. Okay, ich kapier's, glaube ich. Am wohlig warmen Digitalkamin vorher fröhnt DJ Schrädz seiner zweiten Leidenschaft, dem Auflegen. Das ist ja ein geiler Typ. Da wäre ich doch vorher nie drauf gekommen, dass das so eine Type ist, ne? Alter, ich glaube, du musst ganz aufschwarten. Das ist geil. Jetzt kapier ich, was es heißt. Burger Bar. Ja, ne? Das ist ja cool. Übrigens wollte ich schon immer mal selber eine Bar haben. Ich weiß nicht, was du dir da für einen Traum erfüllt hast, aber Burger und Bar ist ein Traum, oder wie? Ich komme eigentlich aus der Nachtgastronomie tatsächlich ursprünglich und hatte immer irgendwie eine Burgerpassion und bin immer durch ganz Deutschland gefahren, haben überall Burger gegessen. Und dann dachte ich irgendwann, ah, jetzt machst du einfach beides, dann ist das Objekt hier frei geworden. Und zack, hat er zugeschlagen. Was für ein tolles Ambiente, ne? Also fast Nobel, sage ich jetzt mal. Und durchdesignt bis in den letzten Winkel. Ich habe viele Burgerläden besuchen dürfen, aber so eine Kombi hatte ich noch nie. Also von daher mega. Das war halt genau der Sinn. Ja, es ist echt ein cooles Konzept, ne? Aber vom schicken Ambiente allein ist noch niemand satt geworden. Zeit also, der Küche einen Besuch abzustatten. Wer ist der gute Mann? So, das ist der Kai, oder was? Das ist der Kai. Ja, und du bist der Burgerman des Vertrauens. Also von dir, lieber Schatz. Okay, mich interessieren natürlich bei einem Burger die Sachen, die nachher drauf kommen. Das ist das eine. Mhm. Aber man fragt sich ja als erstes immer Burger-Bun, also wir in Norddeutschen sind das Brötchen, ne? Ja, das Brötchen. Das Brötchen und das Burger-Pattie. Widmen wir uns zunächst dem Brötchen, also dem Burger-Bun. Wir haben mal zwei Varianten. Einmal ein Hefebrötchen, einmal ein Meerkornbrötchen. Da haben wir einen Bäcker aus dem Vertrauens, mit dem der Chef sich über mehrere Monate zusammengesetzt hat. Okay. Mehrere Rezepturen ausprobiert hat. Das ist völlig in Ordnung und wenn man dann selber damit experimentiert hat, ist das ja auch super, wenn man dann einen Bäcker hat, seines Vertrauens. Also ich habe auch bei mir im Ort zwei Bäcker, mit denen arbeite ich auch zusammen. Wo geht's jetzt lang? Fleisch? Jetzt kann ich dir unseren Oscar zeigen. Mein zweitliebster Mitarbeiter. Zweitliebster Mitarbeiter? Ja, es geht natürlich nichts über Chef. Also bitte. Ja, okay. Was ist Oscar? Das ist unser Oscar. Was ist das? Da kommt unser Fleisch gleich rein. Das ist der Fleischportionierer. Ja, kannte ich vorher nicht. So, also es gibt echt viele geile Geräte, aber so einen kannte ich nicht. Auch ein Profi lernt nie aus. Zum Fleisch, kannst du mir da ein bisschen was erzählen? Also Metzger, das ist nicht... Unser Fleisch? Das haben wir auch von unserem Metzger. Weißt du irgendwelche Rasse oder sagst du, ganz ehrlich, oder sagst du, so weiß ich jetzt nicht? Ich weiß, dass es deutsches Fleisch ist, also wird es Simmentaler. Simmentaler, also Fleckvieh sowohl für Milch und Fleisch geeignet. Das ist dann irgendwie wirklich den Experten dann überlassen, wie sie hinter ihrem Konzept stehen. Aber auf jeden Fall ist das Fleckvieh natürlich ein tolles, Qualitätsrind und mega. Alter, das ist mal massiv alles, ne? Dann kommt hier unser Pattyportionierer drauf. Kai fährt schweres Geschütz auf. Dann drück ich mit dem Oberschenkel hier den Hebel rein. Von unten kommt die hydratische Pumpe. Okay, und irgendwann... Der drückt das Fleisch gleich hoch. Und dann siehst du hier oben aus der Nase... Wenn man so eine Maschine hat, ja? Ja. Heißt das, es muss verdammt viel hier an Bürgern gehen, dass sich so eine Maschine auszahlt, ne? Leute, die Bude rennt. Also hier, das ist... Die Bude rennt, nicht nur die Bude brennt. Ja, die brennt. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du mal da mehrere Bürger... Also ich rede jetzt nicht von zehn Bürgern am Tag, ne? Mach mal 200 Bürger am Tag oder 300, ne? Da hilft so eine Maschine schon, ne? Exakt gestanzt. Hier steht immer halb und halb auf der Uhr. Das heißt, ihr bekommt noch mehr wie einen so ein Tütchen da am Tag? Das sind unge... Also so in der Woche verbraten wir hier schon 50 Kilo Hack. Nur mal die Burger. Das sind also mal locker 312, noch was. Also die gehen immer. Die gehen immer. In der kompletten Woche sind die weg. 50 Kilo. Nur für eine Sorte. Die haben ja noch andere Sachen, ne? Und andere Burger-Patties. Da sag ich mal fein. Fein, 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 fein. Dann haben wir hier unseren Shop-Frofter. Da muss man mal ein bisschen was zu erzählen. Das ist super. Ähm, du kannst das ruhig reinschieben. Ja. Also, damit da mal ein bisschen damit aufgeräumt wird, mit so Gerüchten, ah, einfrieren, etc. Also, Shop-Frofter ist, innerhalb von Minuten ist er auf minus 24 Grad, ja? Ja. Die ganze Zellstruktur vom Fleisch ist, als wenn es frisch wäre. Und beim Hackfleisch, darf man sagen, ist das natürlich auch hoch, äh, ja, ein Sicherheitsfaktor. Ja, genau. Da ist kein Angriff mehr. So können wir das Fleisch nicht dann auch gewährleisten, dass wir das die komplette Woche über nutzen können. Das ist schon ein gutes Gerät. Doch der Griff zum Backpapier wirft nun doch Fragen auf. Wo zur heiligen Bulette steht der Holzkohlegrill? Ihr macht die Burger auf dem Kontaktgerät. Genau. Von oben und unten kriegt der gute Junge dann die Hitze. Und die Geräte sind halt auch gut. Gibt's nix, ne? Aber ich glaube, der richtige Burger-Freak sagt, nicht von der Flamme geküsst. Schauen wir mal. Das Burger-Bahn erfährt noch eine sanfte Röstung, bevor Kai es belegt. Ah, das ist doch die geschmurte Zwiebel. Der Spitzenkoch hatte sich Innovativeres erhofft. Es darf auch gerne mal ein bisschen was anderes sein. Nicht so amerikanisiert und irgendwie geschmurte Zwiebeln habe ich auch schon das zehnte Mal gehabt. Irgendwie mit Raffinesse. Das sind unsere selbstgemachten karamellisierten Zwiebeln. Ja, okay. Mit ein bisschen Rotwein abgelöscht. Also jetzt sind doch die Schmurzwiebeln so. Aber ich weiß, es kommt ganz geile getrockene Tomaten drauf. Mozzarella, Rucola ist dann schon anders aufgebaut. Ein Schuss von der selbst angerührten Hausmachersoße und... Einmal so ein paar Pinienkerne. Pinienkerne, genau. Okay, das ist mit sich dran jetzt. Ja, ja, okay. Und den Mozzarella, um den so ein bisschen anzuschmelzen, packen wir den auf, den Burger mit drauf. Also der, das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen Italo-Burger, oder? Würde ich sagen, ist doch cool. Da kommt jetzt noch mal so ein bisschen Burger-Soße drauf. Ein ordentlicher Klecks, dann den Deckel drauf und ab zur Fritteuse. Trüffel-Pommes, ne? War sogar Trüffel drüber gehobelt. Also richtig echt und so, ne? Möchte ich mal erwähnen, ne? Der 2-Meter-Chef will sich die Verkostung nicht entgehen lassen. Und jetzt geht's mir drauf. Wir können jetzt mal... Der ist Medium. Meiner ist jetzt Medium. Und? Könnte ich den jetzt auch essen, sagst du? Ja? Ich denke doch mal, ja. Also so wie meine Hände am Zittern sind. Ja, aber du machst das doch schon. Mittlerweile geht's aber. Na, über Ewigkeit. Das wird schon sitzen. Na, über Ewigkeit. Aber ich hoffe mal, es schmeckt ihn manchmal. Ja, sicher. Maik nimmt einen kräftigen Wissen und die Spannung schnellt vogelgleich in ungeahnte Höhen. Die Burger-Meinung unseres Profis? Fazit von mir. Mein Fleisch, immer noch, und da gibt es nichts zu diskutieren, ja? Ist Medium. Du läufst nicht aus dem Ruder. Voll da. Mir schmeckt der Burger. Die Tomaten übrigens toll. Auch die Saftigkeit mit den Schmurzwiebeln, mit dem Mozzarella, mit der Qualität Doys Ding. Ja, natürlich hat Maik das hier geschmeckt. Also, wir machen nur Burger. Ja, stimmt, wenn ich nicht schmecke, dann wäre ich kein Mensch mehr. Maik hat seine Schuldigkeit getan und hey, wo willst du denn hin? Ich gebe euch gerne ein Fazit, aber wenn auch keiner da ist, mache ich was, was ich schon immer machen wollte. Also, coole Burger-Bude. Ich habe das Konzept verstanden. Das ist auch eine Bar, ne? Da kann man sich einen geilen Burger reinziehen und dann ein bisschen schön feiern. Also, ich hoffe, dass Sie das so durchziehen, wenn die Gastronomen jetzt kommen. Ich erfülle mir einen Kindheitstauben und das ist erstmal Licht, habe ich mir gemerkt, ja, und Play. Viel Spaß. DJ Süßer am Plattenteller. Ja, es gibt Dinge im Leben, ne? Die will man sich erfüllen. Abgehakt. Musik